hallo leute und herzlich willkommen bei der 27. bei folge 27 müsste es eigentlich sein ja von plans west zombies wir haben bei der letzten folge das schirmblatt bekommen und dieses mal sind wir fast durch mit dem spiel ist wir schon die ganze zeit aber diesmal noch mehr wenn er uns dann diese zwei dinger das haben wir schon dann holen wir uns das das und das und ja ne bombe noch benutzen wir fast nie aber auf beim ende kann man die gut gebrauchen immer so wir sind bei level 57 das spiel gibt es 15 wenn dieses ding nicht zu groß ist aber wenn es nicht drei wellen sind wird es das wird es noch folge level 8 auch drin ergeben hier in dieser folge und nee das sind drei level scheiße egal ich kopf werde dann nur noch das hier aufnehmen und aber einer anderen session dann das spiel durch machen durchkriegen und zwar ganz aber wir haben vergessen beim laden was einzukaufen egal wir wollen ja auch noch diese katzen dinge und so geld können wir eigentlich vom sendgarten machen könnte ich vielleicht ab und zu mal jetzt machen bis zur nächsten session einfach nur den sendgarten gucken um ihr geld davon zu machen nein ich sag das wäre eins darüber ok war nie den schafft er nicht scheiße alter ich hab guck mal wie viel ich habe und die laden sich nie auf alter durch das an kommt halt noch ein teil so das würde ich machen sind den fakt und nicht kaputt geht können sie das nicht leichter machen alter ja ich weiß sie sind schon fast durch mit dem spiel aber es gibt ja auch noch mini spiel und so die schwer sind so muss auch noch das hier schwer sein das ganz normale spiel und so wie es aufgebaut ist ist eigentlich auch für kleine kinder lade dich auf ja das brutal alter so schwer dass wir vielleicht aber sieht leicht aus wenn man zwei anderen sieht wie sie das spielern und wenn man das dann selber spielst dann versteht man wie schwer das eigentlich ist das kann ich ja durch machen ich weiß wenn man alles ganz gleichzeitig durch machen müsste ohne zu verlieren oder so wenn man dann verliert wäre man dann einst hinten oder so ja doch schneller so kommt doch schafft den so schwer kannst du auch nicht sein leute ein gutes teil habe ich gesetzt und das muss das klauen alter und dass das zombie so macht das finde ich richtig geil kornerpult das auch butter wirft also so schwer das ist also ist schlimm als wenn man studiert also das spiel ich betreibe wieder 1200 wie viele hatten eigentlich die katzen und so es gibt so katzen pflanzen oder so die will ich dann beim letzten level haben okay beim letzten level ist sowieso wieder so ein mini spiel wo man von oben zieht habe ich das gefühl das war irgendwie jedes mal der fall wenn es mal nicht der fall war dann was war was anderes der fall komm schnell so vorletzte welle und sie ist bestimmt voll schwer wie immer leiterzombie habe ich nicht gesehen habe ich die sind glaube ich auch dabei werden wir sind immer ein paket nein egal ja das läuft ja richtig hätte ich nicht erwartet jetzt macht wirklich den ganzen kreis hier komm ich brauche noch sein türbis damit ich den dahin okay konnte ich jetzt machen aber ich will erstmal diese pflanzen da retten so da kommst du dahin pack den damit wir in die letzte will kommen alter das ist nämlich wieder so ein riesen ting bing 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 da muss man eins pro tag machen alter so so jetzt will ich die bombe aufladen ja ja du schlau seit du schlau seit du schlau seit da unten packen wir die schon unser unsere verteidigungslinie da unten ist spitzenmäßig so oh was ist das denn für ein teil sieht schräg aus eigentlich kommt das vom sendgarten ne ringelblume gibt dir silber und goldmünzen ah das ist ja geil ja also ich guck mal ob wir fertig sind ne brauche ich nicht gucken wir sind schon fertig hab kein bock mehr das war's dann mit dieser folge und session gleichzeitig leite ähm wir sind dann beim nächsten mal keine ahnung woanders ich werde das noch ein bisschen beim sendgarten machen damit wir bei der nächsten folge ne wir holen uns erstmal vom laden das Teilchen was gibt es hier noch pflanze sie auf seinen deinen stachelkräuter und magnetpilz auf stinkepilz schinkpilzen und seerosene blättern ja ja brauche ich dann die dinger nicht es gibt aber noch eine dritte seite in kürze ah das ist alles vom sendgarten dann ja dann brauchen wir eigentlich gar nichts dann müssen wir uns jedes mal nur das kaufen und dann vielleicht noch neuen platz ja brauchen wir auch nicht ja also wir sehen uns dann beim nächsten mal tschau